ich will ja eigentlich schon was heißt wir müssen weiter vor also lieber immer schön nach vorne die am besten zurückhauen ja das schaffen wir leute was ich war früher mal Nonne ihr Wechser ich bin immer noch unterschockt Chaos kommt euch holen ich werde einen wütenden leserbrief wegen euch an die zeiten schicken ich gehe leider kann seine Dose gekotzt jetzt geht's schon auf hier der Rondertweg ist ein bisschen schwach Die Totenstarre setzt ein bisschen früher ein. Schwester! Äh, ne, das muss doch auch. So, dann kommen wir nochmal zum Bluten von mir. Oh, scheitengleich ist da noch mehr Großeltern. Aber hinten auch noch. Ah, da kommt noch mehr von ihnen. Ich hab Blut auf meinen Schuhen. Also, das muss doch. Ah, da kommt noch mehr. Geht. Was haben wir denn? Ihr seid verloren. So, äh, was ist das Zahnacht Chaos? Äh, mach einfach mal. Aber, aber, es ist nicht sehr nett, Oma zu hauen, Pauly. Ähm... Dürfen wir einen Rückstoß? Ach, das schon reichen. Ich bin eine zwei Kilometer Todeszone. Ja, Gott, bitte. Ah, da kommt noch mehr von Ihnen. Gehen schön weit vor. Äh, ne, das bringt uns nicht viel. Äh, ne, das bringt uns nicht viel. Äh, äh... Da kommt noch mehr von Ihnen. Äh, äh... 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 Ich mag, wie du kaos stiftest. Aber, wir müssen unbedingt Makaroni-Bild benutzen. Ja, meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Komm schauen, wie geht? Da bin ich eurer Kackebeutel zu überwerfen. Topo Mech Upgrade bereit. macht er mit zehn Jahre das abbild zu kommen Menschen kommt 2 um 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 das weiter und drei Euro ok er hat sich einmal mit Karnikarreihen um um der Weg ist freilich und sie können uns ziemlich egal sein das war das nicht okay Aber noch drei dran, ey, shit. Immer mehr. Okay, die sind bloß gelaufen. Immer den machen. Das ist nicht gut für die Pumpe. Bleib liegen, dreißweiß. Nein. Hier, und dann... So. Recht bewahren, unschuldige Schützen. Ja, willst du? So, und die Plätze tauschen wollen wir nicht. Ich könnte aber ein Geschütz abstellen. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt noch was bringt, aber... Hinten, weil ich wohl wieder nicht hin. Verkacke. Ja. Keine Erfrischung! Tee mal kurz, okay? Puh, wir haben's geschafft, Leute! Ja! Bitte der Freiheit. Die ältesten Schlund-Rezepten. Lecker. So! Und wir haben ein Platz. Sehr gut. Derion. Erzähl niemandem, dass wir zum Polizeirevier gehen. So. Ja, ja. Dankeschön. Du bist dein Knie legen. Und zwar. Äh, äh... Konkurrenz und schnell Reise. Oder hier rüber, was er gesagt hat. Ist das an, okay. Lieber Romano Stopp? 3 Spielgeschäft, argschätzt, was? es ist das wenn jemand verspricht was zu tun und du denkst du kannst ihn trauen aber das sind sie doch nicht und was ich stelle mir nichts zu wichser war alter kann ich denn erst mal das wird so unabhängig und dann müssen wir uns auch ausrufen bis den Jo, tschüss! Verlass uns damit Professor Chaos über die NINJAS! Jetzt wollen wir alle gegen uns kämpfen hier! Wo ist denn unser Haus? Ist das hier? Mal gucken, was haben wir denn jetzt alles für Missionen? Unser Haus ist das nächste Schasport. Hier drüben. Hier zur Schule von South Park. Das finden wir auch noch nicht. Wir rüsten uns mal ganz fix ausrüsten. So. Achromtes Armband. Siegel der Freiheit. Geil. Die Jagd ist beeindruckt. Was ist? Alles Effekte zahlen. Jetzt die Rückstoß-Kombo-Käuser. Guck mal, da ist das immer wieder über 100. Ich denke mal, das passt so. So, dann machen wir erstmal. Wir fertig. Ich denke mal. Ich denke mal. Jetzt kämpft ja wirklich jeder hier gegen uns. Oh, Rot ist schon wieder. Ja. Guten Tag. 600? Ach, wir haben ja jetzt hier. Wie denn was? Die sind ein bisschen schwach ehrlich gesagt Hier komm ich Leute, mach Platz! Auf jeden Fall, den versuchen wir als erstes umsauen So war es doch der Weiße, der die Großen holt Jetzt kommen wir um Ja Mit irgendjemandem? Hä? Wie geht das denn aus, mit wem ich jetzt tausche? Wie geht das nicht? Und wie geht das nicht? Na, ich kann das hier einstellen Hallo! Geil! So, ja schön drauf prügeln Guten Tag! Ich bin wieder da, wieder! Der wird mal richtig ausrasten Au! Und da! Und da! Und da! Und da! Da geht man fast down Dann machen wir immer das Dann könnte das Shop vielleicht sogar schon reichen Und... Diese Schurken sind bereit für den Tupper Mag Mark 3 Eigentlich könnte man das machen Und da nicht so reichen Und da geht es um... 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 Wir sind dran! Achso! können wir ja schon... Die Beenden? Da hab ich bloß noch einen übrig. Ja, halt. Die Gegner ins Chaos, hey man! Wuhahahahaha! Monja, ab! Tupper Mag wird gestartet! Du bist was denn los, Tupper Mag! Okay, aber jetzt kann man ihn ja benutzen eigentlich. Wir können ja jetzt alles auf einen Gegner hauen. Klingt vernünftig, oder? Steht so. So, dann hauen wir alles auf den, und dann dürfte es doch ein bisschen Damage gemacht haben. Aber immer drauf, immer drauf! So scheiße bin ich dran! Oh, 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 oh. Okay, Tupperdose, du bist irgendwie ein bisschen Wissen los. So, weg, komm mal hin. Leiafe und noch das Bluten erneuern. Gut gemacht! So, was? Donnerstag? Ehrlich? Hup! Das war's! Das war's! Das war's! Ach so! Ja, man hat gesagt, wir sind dabei! Oh nee! Das hat so übel! Wir wollten in unser Haus jetzt noch was! Das ist sehr gut! Du scheiß dämliche Kuh! Schütt dich nur weiter mit Chardonnay zu! Ich muss saufen, um dich ertragen zu können! Dieses Marihuana verändert dich irgendwie! Aber wenigstens ist Marihuana natürlich! Nicht so wie... Trauben! Du bist ja total heiß! Vielleicht, aber ich tratsch nicht überall die Geheimnisse von unserem Kind raus! Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Chris! Trink doch noch ein Glas, Kelly! Geh in dein Zimmer und sei da paranoid! Trink noch ein Glas, Kelly! Oh, hey Schatz! Betty wollte gerade hoch in sein Zimmer gehen! Und Mami holt sich was zu trinken! Ja, das ist so daneben! Geh nie wieder her und heulen? Nee, ist besoffen! Ich weine nicht! Ich lache! Alles gut, Schatz! Ich hab noch was im Auge! Oh, haben wir schon! Na gut! Dann gehen wir in unser Zimmer, in unser Zeug und dann... Dann brauchen wir nicht rein! Das ist doch ein kleines Klo, oder? Das ist doch ein kleines Klo! Du hast doch alles Schönes haben! Ich lache! Ja, ja, ja! Das ist doch ein kleines Klo! Das ist doch ein kleines Klo! Du hast doch alles Schönes haben! du musst einfach nur nach links oder wir nehmen die schnellen reise das können wir machen und hier wieder und würde verschiedene gegner auflaufen guten ja 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 blitfreak ja 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 blitfreak und da This city is only over! Alright, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you duel class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. But? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris and get a penile enhancement and fuck French Jicks. Super Craig. I'm playing in true horror. Well, in this video it has been sports. And in Northern qualcking of making it, Still feel like I am. The darkness of the fire!